Herzlich Willkommen im traditionsreichen Hotel Linde im Zentrum von Donau-Eschingen. Gerne empfangen wir Sie in unserem stilvoll eingerichteten Haus. Entspannen Sie sich in unseren individuell gestalteten modernen Zimmern und lassen Sie sich in unserem Restaurant mit traditionellen deutschen Gerichten sowie Spezialitäten aus der internationalen Küche verwöhnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Untertitelung des ZDF, 2020